Theater in Leopoldschlag, das steht seit vielen Jahren für Qualität und beste Unterhaltung. Beides ist auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn die Komödie im Dunkeln am Spielplan steht. ...herausfindet, dass wir seine wertvollen Möbel hinter seinem Rücken ausgeliehen haben. Amen. Was ist jetzt? Oh mein Gott, ein Stromausfall, ein Kultschuss! Gründe, sich dieses Stück anzusehen, gibt es genug. Die Darsteller garantieren gute zwei Stunden beste Unterhaltung, in denen man die eigenen Probleme einfach mal vergessen und dem Pech des Hauptakteurs auf der Bühne mit Schadenfreude begegnen kann. Premiere der Komödie im Dunkeln ist am 19. Februar. Wer sich ein Ticket reservieren möchte, kann dies am einfachsten über die Homepage des Theater-Assembles machen unter www.grenzlandbühne.at